So, endlich da. Dann können wir ja gleich mal anfangen. Hallo Sally. Erstmal deinen Halb da drum machen. Na komm. Komm Kleine. Rein, drah. Ich hole schnell deinen Putzkasten, warte. Ach, das Ding ist so schwer. Toll, jetzt ist sie mir runtergefallen. Tracy, könntest du kurz Sallys Trense holen? Wo ist die denn? Ja, im Spind. Okay, ich werde sie schon finden. Bis gleich. So Sally, dann putzen wir dich mal. Das hast du gerne, ne? Boah, was für eine Unordnung in der Sattelkammer. Hier, deine Trense. Danke Tracy. Warte kurz. So, danke schön. Ich werde sie mal eben trensen. Du Anna, kann ich vielleicht auch mal reiten? Ich glaube, da bist du noch etwas zu klein für. Aber du kannst dich um Püppchen kümmern. Okay. Steh Sally. Brav. Na komm. Bis gleich, Anna. Bis gleich, Tracy. Stopp, Anna. Ich habe was für dich. Also, ich habe eine gebisslose Trense für dich. Oh, echt? Cool. Darf ich die mal ausprobieren? Ja, warte, ich hole sie eben, okay? Bleib hier. So, schau mal. Da ist sie. Du machst das so toll mit ohne Sattel und so. Und ja, da habe ich mir gedacht, gebe ich dir mal meine gebisslose Trense und dann kannst du sie mal ausprobieren. Cool. Ähm, mach sie mir mal dran, bitte. Sonst muss ich wieder absteigen. Ja, warte. Einen Augenblick. Ich denke, es wird ganz gut mit euch funktionieren. Ihr seid echt horsemanship-tauglich. Ich könnte euch mal eine Nachhilfestunde geben. So, schau mal. Jetzt ist sie drauf. Dann probiere sie mal aus. Ich schaue gleich mal nach euch. Ja, danke, Nicole. Ich werde sie sofort ausprobieren. Na komm, Sally. Auf zum Platz. Los, meine Hübsche. Und, wie läuft's bei euch? Kommt ihr klar? Ja, alles super. Hätte ich nicht gedacht. Die Trense ist echt toll. Sie reagiert echt gut da drauf. Ähm, ich glaube, ich gebe euch die Tage mal eine Reitstunde bei mir, wenn du Lust hast. Wärst du damit einverstanden? Oh ja, gerne. Machen wir das dann auch mit der gebisslosen Trense? Ja, natürlich. Können wir gerne machen. Ja, supi. Ich freue mich. Danke, Nicole. Hä? Sah die Trense nicht gerade anders aus? Ja, Nicole hat mir ihre Gebisslose ausgeliehen. Ich glaube, die ist besser fürs Pferd. Ja, da hast du vielleicht recht. So, ab, Sally. Los, tschüss. Tschüss.